Was ist die Frage, wird man in zehn Jahren die vollautomatisch hergestellte, passende ästhetische Brücke dem Zahnarzt liefern können, ohne Zahntechniker dazwischen? Nach meinen 20 Jahren Automatisierung, Zahntechnikverständnis, die ich mittlerweile habe, ist die Antwort ganz klar, nein, das wird so nicht gehen. Man unterschätzt da bei weitem den Input, den der Zahntechniker heute noch liefern muss. Alles, was wir heute automatisiert haben, sind wirklich die einfachen, wenig kreativen und mit wenig medizinisch-geometrischem Sachverstand ausgestatteten oder ästhetischem Sachverstand ausgestatteten Arbeiten. Der Zahntechniker ist mit seinem Wissen nicht ersetzbar. Es mag sein, dass die Tätigkeit Gips in einen Abdruck gießen, um ein Modell zu erhalten. Das ist automatisierbar und ersetzbar. Das Design der Brücke, das Design der Okklusion, das Design der Ästhetik wird auch in zehn Jahren nicht automatisierbar sein. Also wenn ein Patient zu mir kommt in mein Labor und ich nehme ein Eingangsfoto, ein SIT-Foto mache ich von ihm mit meiner digitalen Kamera, zeige ihm das Bild gleich am Flachbildschirm, vergrößert, dann ist die Tür offen, dass ich dem Patienten erklären kann, so und so schaut es aus, das können wir in diesen verschiedenen Materialien machen. Und sage ihm auch gleich, das kostet so viel. Also wie gesagt, die Möglichkeiten, dass der Zahntechniker präsentieren kann. Also ich nenne das ganz gern so Dübelrunden, dass wir mit unseren Zahnärzten zum Beispiel abends über Implantate reden in der Vorplanung. Also es ist ja mannigfaltig, wo wir uns als Zahntechniker einsetzen können. Beratend, informativ. Also das ist für mich so ein Teil der Zahntechnik, wo wir uns noch mehr drum kümmern müssen. Nicht nur, ich sage es immer, den Kopf auf den Pfeilkloben auflegen lassen, weil das machen wir Zahntechniker gern und sind am Jammern, sondern dass wir wirklich nach vorne schauen und sagen, wir sind innovativ. Warum können wir nicht auch die Kapazitäten, die wir noch haben, nutzen, dass wir zum Beispiel Ohrringe oder Schmuck anbieten. Also ich werde auch immer von Modelleisenbahnbauern zum Beispiel gefragt, kannst du mir ein kleines Lenkrad oder ein Zahnrads fräsen? Also mit dem Scanner kein Problem. Ich scanne einfach das Zahnrads kurz ein und lasse es dann rausfräsen. Aus NEM, Titan oder Zirkonen. Und die sind bereit, gutes Geld dafür zu bezahlen. So eine H&O, Märklin-Eisenbahn kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Also neue, das nennt sich Diversifikation, Sie werden es kennen, Herr Dr. Schuster, ruhig auch nach neuen Märkten und neuen Produkten schauen. Wir Zahntechniker können viel mehr als nur ein bisschen modellieren und wachsen. Also wie ich damals den Beruf ergriffen habe, hat mein Chef gesagt, du bist Goldschmiede, du bist Feinmechaniker und du bist Medizintechniker. Also eigentlich beinhaltet unser Beruf viel mehr als das, was wir momentan machen. Und die Kreativität, glaube ich, die wir alle haben, ruhig über den Tellerrand schauen und auch andere Gesichtsfelder und Geschäftsfelder anschauen. Ja, ein weiterer Aspekt ist, auch in Deutschland merkt man den Trend zunehmend, dass immer mehr Zahnärzte heute Zahnärztinnen sind. In anderen Ländern ist der Trend hier schon sehr viel weiter mit 70 Prozent weiblichem Anteil bei den Zahnärzten. Das Berufsbild und die Tätigkeitswünsche der Zahnärztinnen haben sich in anderen Ländern und man sieht es auch in Deutschland geändert. Andere Balance zwischen Beruf und Business und Geld machen auf der einen Seite, Familie und anderen Interessen auf der anderen Seite. Vielleicht weniger Selbstständigkeit, mehr in einer größeren Praxis eingebunden. Mehr noch um den Patienten bemüht und weniger daran interessiert, einen eigenen Zahntechniker in der Praxis zu haben, um auch noch Technik zu machen, sondern wirklich den medizinischen Teil im Mittelpunkt stehen zu haben. Wenn wir diesen demografischen Wandel sehen, den wir wirklich alle draußen schon beobachten können, wird das technische Know-how, das die Zahntechniker als Betriebe hier liefern können, wichtiger sein noch als heute. Es wird nicht mehr so viel Handwerk sein, es wird viel automatisch sein, aber der Verstand und das Wissen des Zahntechnikers wird noch unentbehrlicher sein als heute. Also da gibt es viele Ängste vor den Automaten, aber mein erster Kontakt zur Zahntechnik war eine Demonstration von Zahntechnikern in Ellwangen und Aalen gegen die ersten Fräsmaschinen beim Zahnarzt vor 25, 30 Jahren. Man braucht sie immer noch und das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. Man braucht sie immer noch und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.